Aber auch hinterlistige Kreaturen Aaaaaah hinterlistig Moin Leute was geht heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Heute mit mir entzult und dem Nils, der ist nämlich auch dabei Hi Du bist ja auch sehr gut Das sind Beacons übrigens Und alles absuchen Alles absuchen Alles absuchen Warte mal kurz Warte mal Warte mal kurz Warte mal kurz Warte mal kurz Warte mal kurz So weiter Will und Hier ist ein Pillager Ich musste mal alle Namen erklären Wie alle heißen Achtung weg da Nur der eine heißt Willi und der andere heißt Pilli und der andere heißt Die hier heißt Der jetzt Pillager Hey warum bin ich da drin Was ist hier los Nya so kommen das so komische mama ist dabei wo ist mein waldi ist mein waldi das ist ein bisschen laut alles geteilt oder ich habe auch einen anteil gekriegt kann man darunter fallen und ist man dann tot man kann ich nicht im bogen wegnehmen ich will die bogen nicht im bogen ja die map ist zu groß meine damen und die herren ich würde jetzt um meine rüstung betrogen ich habe jetzt nur noch ein zum ausgleich ein cape das keinerlei wirkung hat jedoch das kleine das kleine hausschweinchen hier übrigens lasst mich jetzt immer vor weil ich habe den bogen durch alle dinger durchgeht jeder schuss und vielleicht auch um zufällig die entsprechende den loot gleich zu kriegen er fliegt rum das ist ja 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 Warten. Wie komme ich denn hier weiter? Oh, ist der stark. Also hier kann man nicht einmal sehen, wo die anderen sind. Da muss ich jedes Mal auf die Karte klicken. Oh, meine Karte. Oh, stehe ich in die ganze Zeit. Weiß ich nicht, wo die anderen sind. Und jetzt verrück ich auch noch. Ist das alles witzig. Ich kann ja nicht rauf. Ja, ich kann ja nicht mehr weiter, ne? Dann muss ich wieder zurück. Ja, wie denn? Hier oben rauf. Wie kommt jetzt der da runtergeflogen? Ja, ist das schön hier, kleines Backline. So schön. Dass man da nicht raus scrollen kann. Ja, ich habe einen Apfel gefunden. Wo ist mein kleiner Kuschel? Komm, Wolfi. Ja. 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 Das ist immer hier. Für das Geld. Ja. Viel Geld. Wir sind reich. Na ja, nachdem ich brutal betrogen wurde. Wo bist du denn zu? Wo bist du denn zu? Ja, ich warte auf euch. Er wartet auf uns. Das ist aber merkwürdig. Er wartet nie auf uns. Wie waren denn die Schnitzel? Schön. Lecker. Und die Pommes? Ah, lecker. Waren sie knusprig? Leicht gesalzen? Sehr knusprig. So komme ich denn nicht weiter? Oh Gott. Jetzt gehe ich runter. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Also geht das zu. Ich bin sehr丰mer. Oh Gott. Ich bin ganz aufmerksam. Er hat mein Hund angegriffen, pfui, pfui, so ein Bedrüger, da ist ein Schwein, nein, kann man die Kiste bekommen? Weißt du das zufällig? Welche Kiste? Na, das ist doch so ein kleines Schweinchen mit einer Kiste. Ja, das habe ich getötet, sondern bekommt man das. Du musst das Schweinchen töten? Das glaube ich nicht, das arme Schweinchen. Achso, das ist Madman. Komm mal her. Wo bist denn du? Hier. Du hör mal langsam. Nicht immer einfach irgendwo hinrennen. Warte mal. Hier ist so ein komisches Tor. Ich habe noch acht Pfeile. Ich habe noch acht Pfeile. Was sind die denn alle jetzt? Muss man da wirklich jedes Mal auf die Karte drücken? Sul, wo bist denn du? Ja, das ist... Ein blaues Pfeile. Ja, das klingt natürlich tot, so klar. Du musst mich nicht holen. Danke schön. Was hat der für einen schönen kleinen blauen Rucksack? Der ist aber niedlich. Meiner. Ja, das war es. Das war es. Falsch. Bedeutung Allanai. Und was ist das? Ich hab ihn auf den Karten. Hörst du das? Hörst du das? der schlüssel ist das hier ja ich würde sagen